Jetzt sind es noch ziemlich genau zwölf Monate, bis wir auf unsere große Reise durch Europa aufbrechen. Meine Tochter Anna ist dann vier Jahre alt und freut sich schon jetzt auf das Wohnmobil. Wir werden ein halbes Jahr lang durch Europa fahren und versuchen, jedes der 50 europäischen Länder zu betreten. Wusstet ihr, dass so viele Länder zu Europa gehören? Mit dabei haben wir 50 Todesfragen und wollen in jedem Land eine davon beantworten. Wann wurde die Todesstrafe abgeschafft und wer wurde zuletzt hingerichtet? Wie wird aus Asche ein Diamant? Oder wo befindet sich der älteste Tierfriedhof der Welt? Gibt es eine Fragestellung zum Tod, die euch besonders interessiert? Dann gern her damit! Ich freue mich, wenn ihr unsere Reise verfolgt und uns für dieses Abenteuer die Daumen drückt.